So, servus Leute, heute mal eine Funke-Neuheit und zwar die 1000 Rubine. Das sind vier von denen. Das letzte Mal habe ich auch schon die 1000 Silberthaler getestet. Die waren auch ganz gut eigentlich. Bin ich auf dich gespannt, weil die schauen sich ja geil aus dem Rad. Das sind ein Radrämmel, oder? Nein. Apparate, oder? Mit Kartonstandfuß. Oh ja. Möchtest du da jetzt einmal einen noch ziehen? Weil jetzt auch synchron eine ziehen. So nebeneinander noch. Weil wenn ich noch film, wenn ein Blockenergie-Wirdes vorher zeigt, dann könntest du dritt noch eine ziehen. Achso, ja genau, macht man so. Eben einen und danach noch drei nebeneinander. Schön, weil es schaut ja cool aus. 32 Grad oder was? Okay, hä? Ja, vier insgesamt. Geil. Geil. Oioioi. Echt cool. Nicht schlecht. Sollen wir die alle zünden? Ja sowieso. Das passt schon. Und was soll sein, hä? Ja. Ich hab's nicht. Nein, ich brauche ein Feuerzeug. Achso. Ja. Müsst du den Ochen reißen. Ausstellen. Ja, die Zündchen ist bei denen ein bisschen blöd verpackt. Ja, die ist auch aufgezogen. Jetzt nicht umgezogen. Ja. Jetzt ist die Zuche, Banu. Ja, warte, ich zupf sie jetzt da gleich raus. Ja, passt. Ja, dass das Papier rein ist, ja. Passt halt auch, warte, stellts hin. Na, fahrs einmal. Ich hab, brenn ein. Drei, zwei, eins. Boah, alter. Boah, brutal. Alter, da machst du dich weißt ja schon wieder, nicht? Geil. Das ist ja cool. Auf alle Fälle, ja. Das ist ja alles gleich gut. Ja. Aber es ist gut gegangen, die Dinger. Cool. Was auch schon wieder gewesen. Also, bis zum nächsten Mal. Und zu Fuß. Servus. Servus.